Moin moin Leute und äh Herzlich willkommen zurück bei Castlecrashers, ne hier so ja Achja wir müssen hier dahin Ich weiß gar nicht mehr wo wir aufhören Nein, ähm Aber es wäre eigentlich mal, ich müsste irgendwie mal einen einheitlichen Anfang finden Ja das Horn haben wir letztes mal gefunden Wir sind jetzt in einer anderen Aufnahme Oh nein Ja zum Ja, da holen die mich schon gleich wieder um Alter Ich mach dem so viel Damage Ich mach dem so viel Damage Und der geht einfach nicht down Ich mach dem so viel Damage Ich mach dem 42 Damage weißt du aber Boah Also schön dass die Gegner Wo? Irgendwie sich nach rechts verbuggen können Und wir den Damage mal angreifen Ruffle Ja, äh nicht immer noch wenn es sich ein bisschen Stoned anhört Hahahaha Ja Ja Fürks hat gestern erstmal alle Bitches klar gemacht und so Auf jeden Fall Auf jeden Fall Ja Oh scheiße Irgendwie wär ich gern dabei gewesen nur so Weiß ich nicht Hätt ich dann oben so rechts als Facecam reingeschnitten Hahahaha Genau Weil ich hasse dieses Wasser Oh ja Das ist wirklich scheiße Das ist so ätzend Ich hab übrigens Ich hab übrigens äh was beschlossen Ähm So Ich glaube äh Das Tackle-Respray ist momentan das Flaggschiff Auf meinem Kanal Ja So Ungefähr so Ziemlich verarschen Wie oft Muss man dich denn treffen Du Scheißvieh Ah So viel mal Aua Aua Die machen Die machen ja übelst krasse Angriffe Okay Okay Der ist tot Ja erstmal die Ehesteine gesammelt Das ganze Aua Arschloch Obwohl du es gar nicht nötig hast weißt du Du hast es auch nicht nötig Guck mal auf dein Es geht ums Prinzip Jaja Jaja Aua Au Also seitdem ich mehr mit Magie arbeite ist alles gut eigentlich Ja 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 Und scheiße Ich hatte immer noch Magie Ich mach sie Ahm Die 17 Biatsch Oh ne ich will Du bist schon da wär 18 Äh ich muss hier mal Oh stimmt Alter Was hat denn das Schwert Gleiches mal nachkochen Au Ich hab eigentlich grad gedacht dass du mich Wieder hast Weil ich hab mein Level Up gar nicht mehr gekriegt Ja äh Ich bin aber irgendwie dran jetzt Also Es geht voran Och Erstmal daneben geschwommen So Also äh Magie ist schon ganz geil Aber halt nicht für alle Gegner Manche Gegner sind halt magieresistent Aber manche Gegner sind auch schadensresistent Muss man ja dazu sagen Ja wir werden mal beim nächsten Gegner gucken Ob das wirklich so effektiv ist Zum Beispiel Naja Gut das sag ich jetzt noch nicht Also das wusste dann Weißt du wie das grad aussah Wie? Wie so ein Fischbrötchen Fisch? Wo der gestorben ist Oh mach mir keinen Hunger man Ohne scheiß man Ja wie keinen Hunger Ich denk du kannst eh nichts essen Ja ich eigentlich kann ich auch nichts essen aber ich krieg Also Hunger kriege ich ja aber Keinen richtigen Du weißt Ja ich war selbst schon besoffen Ich will was essen aber Ich will was essen aber Ja oh man Ja zu meinem 18 Geburtstag wird krass noch Ja komm ich auch Ja würde ich dich ja einladen Ohne Scheiß jetzt Ohja dass wir jetzt mal vorbeikommen bei dir Ja mal sehen was ich einladen Ja mal sehen was ich einladen Ja mal sehen was ich einladen lässt Dann haben wir ja im selben Monat Geburtstag Wann hast du? Am 13 Achso Ich hab am dritten Am dritten? Am Tag der Deutschen Einheit Ja Einheit Mensch Ich kann wunderschön sehen Das kann ich jetzt gar nicht machen Oh mein Gott da war ich sehr hässlich aus Oh Gott Sie sah echt schlammig aus Warte mal Magie Greif man Ja geht eigentlich Achso 20 Ach komm die ist doch schnell Aua Warum zieh ich denn im Sprung so ein Was denn Ach komm Stirn die gerade? Ah Ah Shit 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 Ja Hey du bist ein Stein Kannst du mich mal Ansonsten Shit Shit Ich glaub du hast dir heute zu viele Videos angeguckt Kann das sein Kann sein Aber was für Videos will ich gar nicht wissen Nein das ist auch nicht wichtig Du bist gleich tot Ach quatsch Ich hab doch noch Heidrinkel Er ruht die ganze Zeit daneben Ich mach ja eigentlich gut Schaden Aber die 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 Das ist voll die Schlampe Alter Nicht so harte Wörter hier Ist voll die Schlampe was Ach wir haben die letztes Mal auch hier in die Ecke gedreint Kann sein Ja ich glaub das war die Ihre Augen leuchten Ich mag keine Leute deren Augen leuchten Das macht die irgendwie unsympathisch Ich weiß auch nicht warum Also so schrecklich sieht die gar nicht aus Jetzt Also jetzt gerade Wenn sie die Schlangen nicht auf dem Kopf hätte Und ich grün wäre Und wenn sie Die hat sogar Bauchmuskeln Guck dir das an halt Das ist doch voll sexy Das sagt alles aus Bauchmuskeln Mehr geht ja gar nicht Kriegen wir jetzt eigentlich wieder so eine schöne Küste? Sie ist versteinert Ach wir sollten mal Ups Nein Das ist dann für dich Auf jeden Auf jeden Auf jeden alter Na Katze Na Du deine Katze Die sitzt genau auf meinem Maus Wuhuuu Upgrades Oh ne Chrome Wuhuu Oh ne Kombo Wuhuu Ah 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 God Oh, ist das geil. Alter, ist das geil. Scheiße geil. Was war das? Warte, warte, warte. Was? Warte. Was denn? Der war ja mal überpowert. Gerade. Ich mach 49 Schaden. Nein, steig. Au. Au. Werden uns mal Tränke kaufen sollen. Hey, dann macht mir aber auch 60 Schaden. Aber die Magie ist jetzt, ne? Die ist mal. Die ist mal. Ja, ist die mal? Ich bin direkt reingelaufen, ich Idiot. Mann, wie viel hält der denn aus? Erstmal Kopf-LP. Äh, wir machen dann auch gleich noch ne kleine Aufnahmepause. Würde ich jetzt nur so sagen, spontan. Ich weiß nicht, ich hab's Countdown nicht an. Alter, wie diese Mana-Attacken einfach nur geil sind. Ich spamm da einfach nur drauf. Ich weiß nicht, spielen wir hier nach noch Hardcore, damit wir die richtig hochleveln können. Ja, mal sehen. Ich mein, es gibt ja auch noch Level 35 Schwerter und so, die du von deinem DLC... Oh ja, warte, warte, warte. Dann machen wir kurze Aufnahmepause und sehen uns dann in der nächsten Folge, aua, wieder. Bye, bye. Okay. Tschüss.